Nils Foucault, der Züchter ist Kenneth Lefebvre. Die beiden waren hier schon in der Youngster Tour platziert, ebenso in Oblabeck in Belgien, in Vier. Und beginnend diesen Jahres unter spanischer Sonne in Oliva mehrfach international platziert. Ja, das Vermögen, dieses fast verschwenderische Springen von Dominator sieht man hier deutlich wieder. Dazu noch der Muttervater Clinton, dieser ja wiederum ein Sohn Descorado. Hier ist Springvermögen manifestiert. Flott unterwegs in der zweiten Phase hier die beiden. Federbrei 37,2, drei Sekunden. Das ist der neue zweite Platz. Das ist der neue Challenge. 歌 bis zum Johnny, 235-Jesundert. Das ist der neue Haus vom Geist. Das ist der neue Haus am Anfang. Dünster Maier die beiden. Dünster Maier die zwei Mal. Dünster Maier die drei. Dünster Maier die zwei Mal. Dünster Maier die zwei Mal oder Fragete, wir werden in der 1943-Jange das. Vielen Dank.